Musik Dieses Jahr ist das Motto Stay Focused. Ich gehe davon aus, dass wir heute Abend knapp 500 Teilnehmer haben werden. Musik Endlich spielen wir Kick-Off, Bruder! Musik Ich übernehme, wie so oft, das Entree, den Blick zurück ins Jahr 2023. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht nur durch solchen Umsatz wachsen, sondern eben auch durch mehr ISOs in der ISO-Gruppe. Ich möchte jetzt gerne mal den Fokus ein bisschen stärker auf ein Thema richten, was uns über die letzten Jahre beschäftigt hat. Und zwar das Thema IT Security. Musik Die Kollegen, die ihr 10-jähriges Jubiläum, die hier vor uns sitzen, die holen wir heute auf die Bühne. Danke für viele, viele Jahre, tolle Ideen, Kollegialität und Teamarbeit. Vielen, vielen Dank. Musik Und auch für mich halt eine Option, ob ich auch so lange bleibe. Stay Focused. Das ist unser Motto. Musik Ich freue mich aufs Abendessen. Musik Ja, das ist unser Motto. Musik Ich freue mich aufs hypnotisch. Und da, wie es hier ist es, denke ich, möchte ich meine meine Einladung. Ich freue mich aufsendes Leben. Ich freue mich aufs達st, was schon lange Zeitект vote. Endlich mit den Kollegen wieder, nochmal treffen eigentlich und Spaß mit denen, tanzen. Schön, dass wir mal wieder alle so zusammen so viel Zeit verbringen konnten und man sich mal vielleicht auch mit Kollegen, Kolleginnen unterhalten konnte, die man sonst nur über Teams hört oder so, das war echt sehr, sehr schön, war ein sehr schöner Abend. Hashtag Party! Es sind mehrere Hashtags, der eine Hashtag ist das Motto, Stay Focused. Hashtag Spaß! Oh, Hashtag, da bin ich glaube ich ein bisschen zu alt. Hashtag Lustig!